Digga, aber guck mal, du ziehst dich aus vor anderen und die wichsen dir denn einen. Mann, was? Digga, die wich... Der Umologe wichst nicht deinen Schwanz, Uro. Ja, wer fasst den an? Der Arzt ist alles im Podcast wieder um sexuelle Themen und Schwänze. Der U entdeckt einfach, der Umologe wichst deinen Schwanz. Digga, bläst noch schön ein bisschen auf gemütlich so. Er bläst einfach seine Keule. Er hält ab jetzt Umologen keine Termine mehr frei, Saga. Nee, also, also... Er sprugt es auf, Digga. Bro, jung, so, nee.